So, und da sind wir wieder bei Let's Play Q-World. Jetzt in der Stadt. Tenos City. Und hier ist ein Pick. Ich versuche gleich mal das zu tamen. Hiermit vielleicht? Nee. Dann hiermit vielleicht? Nee. Äh... Was sind das Gegner? Ja. Die schnapp ich mir, glaube ich, mal. Kommt her. Na, das war uneffektiv. Komm. Komm, 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 komm. Ja, nein, kein... Nein, kein Trank. Du trinkst keinen Trank. Also, dann meine ich den Gegner. Ich kann gerne einen Trank trinken. Ich hätte es auch nötig. Bitter, nötig. Alter, Verwalter. Komm, ja. Ja. Boah, Glück gehabt. Ganz, ganz viel Glück gehabt. Aber es sind nur noch sechs E... Ach, acht EP. Was rede ich denn? Acht EP. XP. Was rede ich denn? XP. Obwohl EP stimmt auch. Ist dann eben nur die deutsche Abkürzung. Boah, es dauert immer. Warum ist eigentlich beim Muffin-Essen ein Trinkgeräusch? Ich meine, seit wann trinkt man Muffins? Keine Ahnung. Na ja, dann gehen wir hier erstmal in the City. Oh, Pet Distract. Das ist ganz gut, denn genau hier wollte ich mich nochmal umgucken. Pet Distract. Wolf-Rald. Hm, nicht Wolfgang. Schade. Aber auch. So, das hier ist jetzt Pet Distract oder was? Hm. Ich hätte irgendwie gehofft, man kann diese Sachen für ja Tiere kaufen. Man scheint nicht. Ist das eine Church? Also eine Kirche? Wie ist das? Wie ist das ein Wachturm? Was haben wir denn hier? Ro, ich... Äh, Ro, Rold. Hallo. Keine Ahnung, was du willst. Ja. Ich bin hier rein zu... Erstmal alle Fenster aufmachen. Ich bin hier so ein Gang... Gangster. Ey. So. First-Person-Ansicht. Gar nicht nervig. Oh, oh, oh. So, äh. Wieder raus. Terrier. Kann ich dich irgendwie sehen? Ach, nicht die Map öffnen. Nicht die Map öffnen, hab ich gesagt. Ah, jetzt dauern wir es jetzt zwei Jahre. So, ah nein, jetzt hab ich nochmal draufgeklickt. Jetzt wird die gleich wiederkommen. Na egal. Komm, geht das? Nee. Ja. Jetzt hab ich wieder die Map geöffnet. Äh. Geht das hier vielleicht? Irgendetwas? Hm? Du, Kleiner? Oh, blöd. Ich renne hier einfach mal mit durch. Bei irgendeinem Team muss es einfach klappen. Bei dir? Nö. Bei dir? Bruder? Hallo? Hallo? Ich bin gerade übertrieben nah am Mikrofon. Ah, das geht ja auch wieder nicht. Du sah. Hm? Was kann ich da denn machen? Klasse? Ja. Geht nicht. Geht nicht. Das geht. Ich kann mir also Holzblöcke machen. Hm. Das war's gar nicht für ein Geräusch. Da kommt doch gleich wieder die Frage auf. Kann man sich hier eigentlich was bauen? Warum kommt das Geräusch immer? Ach so, dann hab ich die doppelt. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich irgendwie so Glück oder so. Na ja. Das wäre aber echt cool, wenn man nicht was bauen könnte. Auch wenn's dann so ein bisschen wäre. Aber das wäre echt cool. Bin ich mal gespannt. Was ist da noch alles zu kommen? Wie heißt der? Ach so, ich dachte, woher leih. Ist denn hier jetzt irgendwo was anderes zum machen? tun, wollen, können, müssen? Ja, da. Man kann hier anscheinend so ein paar verschiedene Sachen dran machen, Alter. Ich halte hier los. Weil das sag ich irgendwie jeden Tag. Mann. Das kann ich machen. Nix. Auch gut. Äh, hier. Das kann ich machen. Uff, was ist das denn? Wappenkasten mal so. Bist hier rein? Nein. Hm. Oder warte. Ich hab's, glaub ich, gesehen. 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 Da? Nee. Irgendwomit ging das? Ich weiß. Oder irgendwo mit. Kann man das hier so oder so? Weiß nicht. Naja, wie dem auch sei. Oh, hier ist da noch was. Ein Ofen. Ah. Da kann ich anscheinend also auch Eisen brennen. Hm. Das hat Ähnlichkeit mit Minecraft. Da muss man wiederum aufpassen, dass da nicht zu viel Ähnlichkeit mit Minecraft reinkommt. Dass es nicht so komplett kopiert ist, weil... Ich mein, Schwerter und Bögen gibt's in Minecraft auch. Klar, es gibt zwar auch Magier, aber... Ja, mal schauen. Ich... Ja, ich sieh's mir etwas kritisch, aber... Ich bin noch gespannt. Was da eben noch so kommt, was da entwickelt wird, was da... Kommt, was da entwickelt wird. Und vor allem... Wann das hier endlich mit dem Doktor zusammenkommt. Hat schon viel zu lang gedauert. Es können sehr gut angehen, dass... Oh, hier kommen anscheinend allen wirklichen Kram. Kaufen erstmal. So. Ach, mit Rechtsklick. Es kann sehr, sehr, sehr gut angehen, dass die nächste Folge dann mit dem Doktor sein wird. Hab ich zwar schon oft gesagt, aber... Diesmal stimmt das wirklich. Äh, weil, ja... Weil... Ist so. Denn, ich denk mal, dann werd ich mal so mit ihm aufnehmen. Dann eben nach der Gamescom. Obwohl das, ihr seht ja, glaub ich, auch von... ...zwei Wochen nach der Gamescom oder so. Äh, ja... Wie... ...auch... ...immer. Jetzt verkauf ich erst mal so ein paar Sachen, die ich nicht benutzen kann. Krieg dafür ordentlich Kohle. Ah, das ist... Hätt ich nicht so viele von diesen ganz... Boah... ...boh... ...das habe ich so viele Billow-Bomben. Ah, blöd. Naja. Brauche ich einfach noch ein paar von... ...den hier ein ganz paar... ...bohr... ...ja... ...habe ich den Liegen... ...oder... ...sich... Ach, geht's hab ich auf Kuh-Bomben? Warte mal... ...waaah, Bombe... ...hallo? Wuii... ...okay. Hm. Viel passiert hier nicht. Es wäre auch irgendwie schön, wenn hier die Gegend so... ...das erstörbar wäre mit diesen Bomben. Aber okay. Ich mein, geht nicht. Ist... ...okay. Wie wird er mitleben müssen? Ja, aber das wäre wirklich cool. Wenn das denn gehen würde... ...hier, Cat. Komm mal her. Den Kram magst du ja anscheinend nicht. Magst du denn... ...nicht die Map... ...magst du denn... ...Kaugummi? Die Katzen, die Kaugummi mag, ey. Das ist schon Quatsch eigentlich. Nee, mag die nicht. Ach, ich bin auch so blöd. Man kann, glaub ich, nur die Tiere sehen... ...die... ...die... ...weiß sind. Das sind die ja anscheinend nicht. Toll. Und du? Bist du weiss? Nee, auch nicht. Ups. Nein. Manu. Die verraten mich alle. Naja. Was geht eigentlich, wenn ich hier mal zu dem Schaf einfach nur eine Bombe lege? Gucken. Bam. Ohohoho, die Gegend ist sehr störbar. Wie geil ist das denn? Warte mal. Warte mal. Oh. Sehr schön. Kann ich hier denn auch... Bisschen buggy aber, okay. Kann ich hier nur auch im Haus... Ja. Schnell weg. Oh, der kriegt dadurch Schaden. Aber kaputt geht's denn nicht. Ah, okay. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn hier die Häuser kaputt gehen würden. Aha. Oh, erst mal Trank trinken. Genau. Aber es ist ganz cool, dass ich hier die Bomben auch mit drin hab, aber die Starken hab ich jetzt nicht mit drin. Na, okay. Wo bist denn du? Wie geil. Let's in the runner is adorable. Hm. Wenn man sich das vorstellen kann. Ja. Oh Gott. Diese An... Da kommt man ja gar nicht hoch. Ganz toll. Eine Treppe nach oben. Obwohl man da gar nicht hochkommt. Toll. Ganz super. Naja. Ich würd mal sagen... ...dass der Mikrofonständer, wenn A ist. Das würd ich sagen. So. Ne, aber ich würd sagen, wir sehen uns dann... ...in der nächsten Folge... ...von Let's Play Cube World. Dann vielleicht mit dem Doktor, vielleicht auch nicht... ...wenn der Doktor hier ist, dann... ...dann sind wir hier nicht mehr. Wenn der Doktor... ...ä, wenn der Doktor hier ist, dann sind wir hier nicht mehr. Ja, dann... ...dann sind wir in der neuen Gegend. Vielleicht auch mal im neuen Charakter. Weiß noch nicht genau. Äh. Ja, und wenn der Doktor nicht hier ist, dann... ...dann sind wir eben weiter in Tenu City. ...und... ...machen hier ein bisschen die Stadt kaputt. Ach, wie schön mit den Bomben. Schöne Sache. Das gefällt mir, eindeutig. Das gefällt mir sehr gut. Na, ich verbrauch die eigentlich viel zu schnell, aber... ...ich find's so gut. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. So, jetzt hab ich erstmal ein bisschen den Wegweite gemacht. Jetzt hab ich den Wegweite gemacht. Aber ich glaub, man kann sich auch nicht in diesen braunen Kram reinbomben, oder? Sonst kann man bis an Erdkern kommen. Ne, das geht nicht. Naja. Aber trotzdem cool ist, man hier diese Schicht kaputt machen kann. Aber naja. Bis zur nächsten Folge dann vielleicht mit dem Doktor. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich denk schon. Und wenn nicht, naja. Aber naja. So. Ananasen. 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 Und irgendjemand greift mich an. Wissen Sie's? Knoll. Der Hände geht jetzt einfach mal wieder ein paar Bomben hin. Oh, viel Spiele. Ja, Alter. Hui. Ah, noch bald Level 3. Oh mein Gott. Wie stark bin ich denn bitte? Naja, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge von Let's Play Cube World. Hier mit einfach nur Bombenstimmung. Ich mach's nur einmal hier so. Bombenstimmung. Juhu. Naja, bis dahin. Ciao.